Maike, das ist ein Podcast und du sollst nicht wegrennen. Du sollst sagen, wie sehr du dich freust, Bob and Be nach all den... Oh, ich freue mich so, Bob and Be nach 20, gefühlt 20 Jahren mal wieder zu treffen. Das ist toll. Das ist die Maike und die hat inzwischen gesagt, schon in Südtirol hast du uns mal mit uns gearbeitet. Ich habe jetzt die richtige Worte mit, du das weißt. Und wir freuen uns auch auf uns mal wiedersehen und hoffen, dass du dich in 20 Jahren wieder freust. Das ist ein Ziel. So, Leute, wir sind hier im hochherrschaftlichen Residenzschloss. Dort wird der königliche Nachwuchs verarbeitet. Hier ist auch ganz nett. Da hinten ist unsere Umkleide, das ist natürlich alles standesgemäß. Sehr schön ist das hier. Es gibt auch lecker was zu essen und diese junge Dame ist übrigens unter anderem dafür verantwortlich. Dass das Thai-Curry leer ist, dafür bin ich fast verantwortlich. Die Scambi mache ich gleich wieder leer. Und Golo hat es auch geschmeckt, oder? Super, super, das ist geil. Hier ist mehr so mediterran heftig. Dessert, ihr seht, nur vom Nötigsten gibt es hier. Und wir haben auch hier einen sympathischen Niemann. Ich begebe mich mal auf die andere Seite. Ansonsten sehen wir noch die letzten Menschen, die hier sozusagen, das ist Backstage. Die Leute essen, haben Spaß. Und bei Bob in Bies sieht es wieder aus wie ein Zau. Das ist ja unfassbar, Herr Sichelt. Wer isst, der lässt auch Müll. So isst es nun mal. Da hat er recht, der ist sicher. Da kann man nichts anderes sagen. Hinten haben wir auch noch ein paar Leiden über Kennt und so. In unserer beliebten Podcast-Reihe schreite ich nun auf den Veranstaltungsplatz. Durch die hochherrschaftlichen Gemäuer von Ludwigsburg. Ah ja, der Park, der Park. Leute, das müsst ihr gesehen haben. Das müsst ihr gesehen haben. Ich meine, wir hatten das in unserer Bühnenanweisung geschrieben, in unserem Vertrag, dass wir das wollen. Und wir haben es bekommen. Ist das hier geil? Überleg mal, ob ich nach dem Konzert den ganzen Scheiß hier kauf. Alles. Ludwigsburg. Naja, es sieht auch ein bisschen... Unten wird noch aufgeräumt. Können sie mal aufräumen, ja. Sehr nett hier. Ja, wie schon gesagt. Das habe ich übrigens vorhin noch in kleiner Handwerksarbeit gemacht. Wir spielen heute hier mit Dick Brave und deiner lokalen Band. Das muss leider sagen, ich weiß jetzt gar nicht, welcher. Ich hoffe, man verzeiht mir. Aber, wie gesagt, mit Dick Brave spielen wir heute hier. Und es wird bestimmt ein großer Abend werden. Und hoffen wir mal, dass es ein schöner Abend wird. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll. Und auf dem Bikarderobe. Mit Stuck an der Decke, so wie es gewünscht war. Ein Kronleuchter.